ja hier in magix deluxe möchte ich jetzt mit der textanimation starten und das ist eine animation die wollte ich schon immer einmal machen hier habe ich ein anderen programm gesehen und habe echt rum gedoktert und festzustellen es funktioniert nicht jetzt in der neuen version wo ich den anker punkt versetzen kann kann ich diese animation endlich machen also dann starten wir in der kleinen symbolleiste können wir hier unseren titel editor auswählen wir erhalten einen titel und ich benenne diesen einmal anker punkt so die schriftart lasse ich einmal auf areal ich mache das ganze hier etwas größer man kann einfach in das feld hinein klicken und mit dem mittleren mausrad drehen oder ich mache das hier auf und verschiebe diesen regler das geht beides machen wir so groß wie es geht halten das objekt jetzt fest ziehen es nach oben ok dann gehen wir jetzt auf unseren neuen dialog den finden wir in ansicht und animation größe position und rotation und wählen hier effekt anwenden durch die aktivierung von diesem dialog haben wir zu unseren neuen anfasser und unseren neuen anker punkt den ziehe ich jetzt einmal nach oben wenn wir dies jetzt animieren tun wir das hier an der oberen linie animieren ok wir setzen jetzt erstmal ein keyframe falls das nicht aktiv ist einfach hier in ein feld klicken dann wird das ganze aktiv und wählen jetzt unsere x-achse und zwar in den negativen bereich und zwar soweit bis wir unseren text nicht mehr sehen auch hier kann ich mit dem mausrad sehr fein drehen oder ich halte das ganze gedrückt und kann jetzt hier mit meiner maus nach links und nach rechts ziehen um somit diesen wert in diesem feld an zu beeinflussen das heißt ich ziehe jetzt hier soweit ich das habe und kann dann in das feld tippen und mit der maus das sehr fein justieren oder natürlich ich trage den wert ein so das passt erst mal dann gehen wir jetzt ungefähr eine sekunde nach vorne und wählen jetzt da wir hier 95 also minus 95 haben tragen wir jetzt hier 85 ein dann gehen wir wieder ungefähr eine sekunde nach vorne und tragen hier minus also wir löschen das hier raus und tragen hier minus 75 ein dann gehen wir ungefähr wieder eine sekunde nach vorne und tragen hier 60 ein so bevor wir das ausführen tun wir das jetzt noch interpolieren also eine weiche kurve erzeugen und wenn wir uns diese animation jetzt anschauen sehen wir dass der text hier wunderbar pendelt so jetzt machen wir das titel objekt ungefähr zehn sekunden und gehen bei unseren keyframes weiter und ihr seht ja ich bin immer so ungefähr zehn punkte nach unten weitergegangen um das ganze immer etwas weniger zu pendeln und immer zwischen negativen positiven werten wechseln das heißt wenn wir hier sind wir haben hier 60 als positiven wert dann tragen wir jetzt hier beim nächsten sekunde minus 50 ein dann gehen wir wieder weiter eine sekunde und tragen hier als positiven wert wieder 40 ein so und so haben wir diese wunderbare pendelbewegung die sich immer langsamer auspendelt wenn wir jetzt hier so ungefähr bei 40 sind das hätten wir auch schon bei 50 machen können dann gehe ich nur noch ungefähr eine halbe sekunde nach vorne minus 30 wieder eine halbe sekunde nach vorne und wähle ich hier 25 so die letzten schritte mache ich auch etwas kleiner das ist immer das gleiche halbe sekunde nach vorne und dann wählen wir jetzt hier minus 20 gehen dann 5 weiter gehen hier auf 10 oder man kann natürlich das auch noch sehr fein justieren dass man hier mit mit fünfer schritten dann arbeitet oder einmal gleich pendeln lässt so dann gehen wir hier hin eine halbe sekunde ungefähr dann sind das minus 5 und dann sind wir hier auf 0 ok so haben wir mit unseren paar keyframes jetzt eine schöne animation gemacht die sich hier so langsam auspendelt wie gesagt man kann durch den abstand der keyframes oder auch durch die zeit durch die grösseneinstellungen könnte man das noch wesentlich feiner justieren aber ich möchte euch die funktion zeigen und die möglichkeiten damit und daher sollte das jetzt für das tutorial erst einmal genügen wenn hier fragen sind wie immer einfach in die kommentare ja aus zeitgründen gibt es diese woche ein kleines tutorial mit einer wie ich trotzdem empfinde tollen text animation ich hoffe das ganze gefällt euch dann freue ich mich wenn ihr mir einen daumen hoch gebt und das video liked ansonsten ich bin für dieses tutorial raus und aus und freue mich euch im nächsten wieder begrüßen zu können